hallo hallo zwei sets sowjetische schwere waffen hier aufgebaut und zwar einmal die mörser von swester und das ist das winter im g set auch aufgebaut wie gesagt mit zwei die habe ich auch in meinem video verwendet dann habe ich halt immer ausgetauscht dass das die zwei kollegen beim laufen sind und dass die zwei zeit beim schießen die haben halt jeweils ein maxim also einmal laufend einmal schießend und die mörser spektakulär eigentlich natürlich kein maßmensch sondern da habe ich die farbe ein bisschen vergessen so sehen die aus das gehört ein bisschen wasch ins gesicht das gibt nur so ein bisschen tiefe aber ja einfach ein paar krümel drauf auf dem boden ich habe ich weiß ich habe die die kann man auch ohne die platte bauen dass die diesen mörser fuß gibt sie mal extra wollte ich aber dann doch nicht machen weil die einzelnen figuren dann doch zu ja die haben glaube ich gar keine eigene platte dann also das ist jetzt so sieht es aus hier dass ich habe das zweimal gekauft es sind aber zwei mörser in einem set dabei also wer mörser mag da ist er richtig dient genau da gibt es diesen fuß noch mal den habe ich dann angemalt gehabt sogar also ein bisschen zumindest ein bisschen zielbüro gemacht aber halt da wird man noch mal das rohr gehabt das ist genau das ist noch mal eins von den anderen mörsern aber die figuren haben halt irgendwie keine platte und die ganz ohne platte irgendwie hinzustellen das fand ich dann doch doof deswegen habe ich halt doch auf die platte gemacht aber das ist auch relativ kompakt das kann man jetzt was für sie hier im graben rein stellen oder so damit kann man was anfangen das gleiche problem habe ich bei denen im gs aber im gs hat nicht mehr und zwar jetzt diese platten hier für die mgs jeweils das muss die liegende version sein und dass die laute die 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 ziehende und die haben auch schier dabei gehabt genau diesen soll dann doch die da sieht man so richtig schier dabei das passt jetzt natürlich für meinen nicht winter dingsbums gar nicht gepasst aber ja hier gibt es sogar noch extra ein gewähr oder extra beides welche rein legen kann das haben sie nicht als aufguss sozusagen mitgemacht sondern das kann man extra bauen extra einlegen und das hat für mich irgendwo anders verwenden also fand ich auch ganz gut eigentlich auch leicht zu bauen ich soll zwei nette kleine waffen ich habe dann die u-scheibe unten drunter der auch das mache ich lieber wie cent stücker ist jetzt aber auch kein muss von u-scheiben ist das problem braucht etwas wieder um die mitte zu zu kleben und ob es u-scheiben wirklich billiger sind wie cent stücker sei jetzt aber dahingestellt okay dann bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss